hallo zusammen und willkommen zu einem neuen video wir packen was aus denn ich habe jetzt wieder beschlossen ein altes hobby ein wenig aufleben zu lassen wer im discord ist weiß bescheid link zum discord unten da seid immer auf dem laufend wenn es da drin seit ich will wieder ein bisschen mehr funken ich bin ja eher qap funker also einer der wenig leistung verwendet und bin auch gerne berg und draußen am funken deswegen brauche einfach ein gerät mit akku oder hat irgendwie eine möglichkeit es vernünftig mit akku zu betreiben das klein ist und einigermaßen leicht ist und es hat sich ja mit der technik so viel getan mittlerweile es ist unglaublich ich bin ja ich habe ein ts 850 das ist ein uraltes gerät das kann um 30 jahr alt und entsprechend ist super es ist ein topgerät aber ich wollte es einfach mal wieder ein bisschen mit der zeit gehen denn ich mache auch digital modes also am pc chatten über funk und so zeug und da habe ich mir wurde mir ein gerät ans herz gelegt ich schreibe unten werbung rein weil ihr seht das gerät ich empfehle es euch weiß nicht ob ich empfehle ich ich stelle es euch vor ich habe so eine ecke testet ich weiß nicht ob es gut ist mir wurde es empfohlen und deswegen habe ich es bestellt weil es ist auch einigermaßen günstig wir reden von funk amateur zeug also es ist nie günstig es kostet immer ein vermögen das ding kostet 700 euro bei xigo punkt eu also dem original distributor oder was das ist die firma heißt xigo das gerät ist das x6100 und wir packen das jetzt einfach mal miteinander aus und schauen was da so drin ist eine oder gebrauchsanweisungen die typisch für mich einfach weg sind dann haben wir hier luft man könnte jetzt eigentlich erwarten dass da ein funkgerät drin wäre das ist luft drin die luft noch mehr luft ein mikrofonkabel wie man es kennt mit beidseitig rj45 standard netzwerk buchsen drauf jetzt muss ich gerade mal drauf schauen 1 2 1 durch verbunden das heißt wenn das mal kaputt geht kann man netzwerk haben nehmen das mikrofon selber schauen wir uns jetzt mal hier gleich im detail an deshalb ich gelesen zwischen vollwertiges mikrofon mit einmal ptt taste an der seite es ist ein kurzo taster der verbaut ist normalerweise hat man da immer so ein bisschen mehr druckpunkt aber ist ein schöner kurzer taster passt und man hat hier ganze horde tasten da oben kann man es irgendwo einhängen da unten kommt das kabel rein man hat im prinzip die ganzen tasten hier für band vorwahl für mod filter gene was er immer schien ist oben noch mal tuner xfc speak lock und da kann man seine frequenz noch mal hoch und runter stellen also ein schönes vollwertiges mikrofon my ft 8 17 in dem momentan immer für die mobilen anwendungen habe der hat sowas nicht der 880 glaube der hat auch wieder so was ähnliches es ist schwer es hat gewicht es ist nicht nichts kann man diese ziroma kann es wundervoll erkennen in dieser kamera einstellung man kann er wundervoll die kamera in der spiegelung sind aber nur schnell vorher fertig aus weil dann kann ich den karton weg tun dann sehen wir mehr wir haben hier ein usb kabel denn das ding hat zwei usb typ c einschlüsse da kommen wir dann noch dazu was die können oder immer mal testen dann ein stromkabel dass man quasi hier auf diesen holstecker 9 bis 15 volt auf irgendwas gehen kann also auf seine batterie oder so die man mit hat und noch ein formadapter power adapter der liefert 12 volt und ein ampere schalten jetzt teile sind heutzutage echt winzig kein verrät drum rum bin mal neugierig ob das nicht dann einige störungen bringt die man nicht haben wollen nun zum gerät selber wir schauen uns jetzt einfach mal an was es so hat was es kann und schalten es kurz ein testen thomas in einem anderen video ich werde da rausgehen dass ich das jetzt nicht hier im büro weil das wäre vermutlich test ist im hexenhaus da habe ich weniger störungen wie hier in der gegend wir haben hier oben ein es hat rasten ich liebe liebe inkrementalgeber mit rasten habt ihr mal ist ost umgebaut wer sich erinnert hier unten auch ein inkrementalgeber auch mit rasten und hier gott sei dank ohne rasten des frequenz durchdrehrädchen wir fangen mal auf der oberseite an es handelt sich wie gesagt um die firma xigu und das teil selber ist ein x6100 hf 50 megahertz transciber das heißt man kann ich glaube von 160 meter band also 1,8 megahertz über die ganzen bänder die man hat 160 80 40 20 und so weiter bis 50 megahertz hoch kann man damit quasi empfangen und senden wir haben hier oben eine ptt taste denn das ding ist das ding hat ein mikrofon integriert da den kleinen punkt das ist ein mikrofon man kann das quasi hier oben eine antenne dran machen und dann wie so ein handfunken gerät hallo hallo halten und mit dem handfunken gerät funken also dafür ist ein bisschen groß genug geraten hier kann man die bänder umschalten also band runter band hoch dann kann man die modi umschalten am fm kann habe ich gehört soll noch nicht so gut funktionieren mit der aktuellen firmware cw also morrison kann man umschalten da hat er vermutlich einen engeren band filter oder so drin und ssb also upper sideband lower sideband so der klassische modus für die kurzwellen bänder da oben noch für split betrieb gleich b und da unten split da kann man vermutlich wie man es kennt wenn man irgendwelche pile absatz und split einschalten dass man quasi woanders sendet wie man empfängt wenn die das drin haben att und pri das ist der antennen vorverstärker den kann man da ein und ausschalten hatten antennen tuner mit drin wir werden ihn auch in einem video aufschrauben hat normale schrauben drin wie wir werden ihn aufschrauben wollte ich sie gewollt ist der mensch wir werden auf diese garantie scheißen wir schrauben das ding in einem video auf hatten antennen tuner nämlich drin er kann automatisch tunen er hat eine speicherfunktion er hat eine automatik gain control drin und fsd keine ahnung was das ist fast vermutlich ich habe meine anleitung angeschaut die liegt jetzt am boden dann schauen wir uns das ding von oben an hier wie gesagt das multifunktionsrad für volume also lautstärke von dem lautstrecker hier wie laut quasi unser signal rauskommt quälsch wenn man jetzt fm oder so machen wir brauchen wir uns quälsch und rfg das ist der die verstärkung die er dann im wasserfall anzeigt einschaltknopf den betätigen wir gleich mal warten wir mal könnt ihr mal gucken wie lange er zum hochfahren braucht ich finde das nämlich schon ganz schön ordentlich ehrlich gesagt und das wichtigste wir ziehen gleich die schutzfolie ab wundervoll schutzfolie abziehen so wir haben jetzt hier unser wunderschönes gerät und was für mich war einfach der punkt warum ich das haben wollte ich habe ein wasserfalldiagramm und ich hatte noch nie ein funkgerät mit wasserfalldiagramm und ich finde es einfach mega man dreht durch man sieht dann irgendwo ein strich weiß ob da funkt einer dann dreht man hin und dann hat man da direkt im prinzip sein sein funk kontakt muss nicht mühsam über die ganzen bänder drehen und drehen 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 und hoffen dass irgendwann mal irgendetwas kommt also hier haben wir jetzt irgendwelche störungen drin also ich habe nicht mal eine antenne dran und habe für die erste störung hier drauf und man sieht so ein wasserfall es ist eine unglaublich breitbandige störung ja hier die lautstärke durchzudrehen wie gesagt wenn man einmal draufklickt kann man den quälsch einstellen und wenn man nochmal draufdrückt kann man den rf gehen einstellen das sieht man jetzt dann im wasserfalldiagramm es wird dann etwas etwas weniger weniger dunkel also da kann man sich im prinzip spielen dass man eine schöne einstellung hat jetzt gehen wir mal von diesem pfeifen weg weil er nervt tierisch hier unten hat man gen das ist generelles menü app menü hier menü damit ihr seht was das ergibt message menü dfn ist im prinzip noise cancelling und so weiter noise reduction und dfl wäre der filter da kann man verschiedene filter einstellen sieht man ganz schön das sind digitale filter man kann die aber auch noch mal irgendwie mit dem multifunktionsrad kann man die quasi auch noch mal ein bisschen verschieben da kann man sich dann spielen habe ich mich wie gesagt noch nicht gespielt weil ich so nett im funkbetrieb im betrieb hatte beim noise cancelling und so kann man eben eine tiefe einstellen noise reduction und so weiter gibt es da auch ein zweites fenster ne gar nicht ich fange aber mal oben an wir haben bei generell einstellungen radio settings da ich gehe nicht auf alles drauf ein also wenn ihr das ding haben wollt schaut es euch selber an macht halt eine haufe hohe einstellungen batterieladegeräte es hat nämlich ein akku mit drin also da kann man einstellen ob der akku geladen wird es hat im übrigen ein touch also wer fragen sollte kein touch alles hier mit dem multifunktionsrad zu erstellen output power wichtig da kann man die ausgangsleistung einstellen hiermit plus hiermit plus minus also man kann hier auf ultra qap runterschalten 0,1 watt oder eben auf bis zu 5 watt hoch schalten oder das testen jetzt gleich wenn man das ganze nicht mit akku betreibt sondern an strom anhängt da oben habe ich 7,8 volt sobald ich einstecke geht da auf 11,8 volt hoch und er zeigt auch hier dass er lädt und ab dem moment kann man die ausgangsleistung auf bis zu 10 watt hochdrehen das ding kann nämlich 10 watt was dann ungefähr das doppelte ist wie meine ft 817 gekontert finde ich schon mal ganz praktisch radio settings 1 dann gibt es radio settings 2 mit sieht kann man einstellen display einstellungen da kann man sich die fft einstellen wie viel spend die haben soll weniger oder mehr pick holt dass er quasi die spitzen hält das ist das was man hier so ein bisschen sieht am wasserfall diagramm oben dann gibt es system einstellungen da kann man die zeit einstellen generell firmware upgraden das ding hat wlan und bluetooth drin bluetooth scheint scheint noch nicht zu funktionieren wlan hat auch probleme mit dhcb habe gehört also da muss man einfach mal schauen da wird es wahrscheinlich fernwärts geben denn die app einstellungen selber das sind ein paar coole dinge also ich finde es mega was das ding so hat einmal ein modem es kann theoretisch direkt cw bpsk und rddy entschlüsseln und wird es dann da hinschreiben was mir total gut gefällt ist er hat ein swr-scan den brechen wir jetzt aber mal ab wenn man jetzt hier eine antenne dranhängen würde zum beispiel hier diese lützinrolle dann würde er jetzt hier das stehwellenverhältnis von einer lützinrolle durch messen und das finde ich ein richtig richtig krass cooles teil weil da hat man quasi so ein vna so netzwerk analyzer quasi mit integriert im gerät das kennt dann hier die bänder durch jetzt sind wir 13 megahertz band haben natürlich ein swr von über 10 klarerweise zimmer obere ende von 13 megahertz band und das kennt da quasi die antenne durch und man hat ein grobes bild wo ist sie resonant oder so das finde ich mega weil da kann man mal schnell drüber gucken wenn man jetzt irgendwo am berg ist und man baut irgendeine antenne auf dann gehen wir schnell drüber bei 20 meter wo geht es am besten und dann gehst du auf die frequenz wir haben hier jetzt unsere unsere frequenz rätchen hier kann man die frequenz durchdrehen und man kann wie gesagt hier oben die bänder umschalten also jetzt immer bei 14 megahertz dann kann man hier auf 40 meter band runter schalten auf 5,4 megahertz hat dass man da funken darf auf 80 meter band unterschalten und hier entsprechend alles durchdrehen können ja mal reinschauen also eine lösenrolle ist jetzt eher nicht so ein sonderlich guter antennenersatz also von dem her da hören wir jetzt nichts außer etwas rauschen ansonsten haben auf dieser seite iq ausgang also modulationsausgang hier die spannungsversorgung die reingeht hier irgendetwas was geklebt ist und den antenneneingang ein bnc anschluss ich mag das ich mag bnc und wir haben hier so füßchen die man rausklappen kann die rasten hinten auch so ein bisschen ein habe ich das gefühl auf beide seiten diese füßchen kann man das gerät so schräg hinstellen und kann quasi so mit dem gerät arbeiten das ganze in aluminium rang guss profil sigo x6100 wie noch mal gesagt und jetzt kommt die spannende seite wir haben auf der seite einmal ein mikrofon anschluss wir können hier also ein mikrofon einschließen wir können eine micro sd karte reinstecken da kann man wahrscheinlich diese voice messages speichern und so weiter wir haben acc kontrolle wir haben einmal kia eingang für cw und wir haben speaker anschluss für man externe lautsprecher oder kopfhörer dranhängen will werde ich dann auch noch mal testen weil der lautsprecher da drin der ist er ist einfach klein man kann da jetzt kein wunder erwarten man hat den host usb typ c anschluss der ist total interessant wenn man wirklich mal so digitale arten auf dem gerät machen will da kann man zum beispiel eine tastatur anschließen oder eine maus dann kann man da mit dem ganzen arbeiten und der developer anschluss das ist der interessante und das ist das warum ich das gerät eigentlich hauptsächlich gekauft habe das ding hat festhalten eine integrierte soundkarte ich habe ja früher viel ps 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 k gemacht und da hat man immer das problem man muss mit dem kabel hin man muss mit dem audio kabel hin zum funk gerät und so weiter und das ist bei dem gerät völlig außen vor ich fahre hier mit dem usb kabel rein das ding meldet sich als soundkarte also als mikrofon und lautsprecher ich fahre nur mit diesem einen usb kabel zum pc und habe somit mein gerät komplett bsk ps k oder ft 8 oder was man halt so macht komplett einsatzbereit das finde ich total mega dass das ist das eigentlich der hauptgrund warum gesagt habe ich will das ding haben weil vielleicht werde ich mal am berg oben ps k machen kleinen laptop mitnehmen usb kabel dran und geht schon dahin wenn die eigentlich ganz geschickt das war jetzt somit alles zu diesem funkgerät zum xego x6 x6 1100 ich finde es schön ich finde es kompakt ich finde es toll dass ich mal wieder ein moderneres gerät habe mit dem ich ein bisschen spielen kann ob ihr euch das holt keine ahnung es ist lieferbar momentan wo ich das video drehe es kostet um die 700 euro also kommt relativ viel versand noch tatsächlich dazu es wird aus schweden geliefert es kommt gefühlt nicht an weil es liegt also es kam bei mir mit ups und es lag irgendwie anderthalb wochen in schweden es lag erst mal fast der woche beim hersteller bis der ups abgeholt hat und dann lag es noch mal keine ahnung paar tag bei ups selber bevor es überhaupt mal in irgendeinem flieger oder sonst wo reingefunden hat es wird ein video geben wo ich das ding auseinandschraube und es wird ein video geben wo ich das ganze ding teste am berg am hexenhaus wo auch immer ich werde jetzt da ein bisschen aktiver sein abonniert auf jeden fall den kanal dann seht auch wann die videos kommen und verpasst nichts ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen sommer und bis zum nächsten video ciao